Es ist ja immer absurd, wenn ich mit Leuten aus der Filmbranche oder aus den Förderanstalten spreche, dass sie sagen, ja ja, Frauenförderung, unser Kriterium ist Qualität. Das heißt ja im Umkehrschluss, Frauen würden ja keine Qualität abliefern. Und das finde ich schon sehr abstrus. Also ich selber bin ja eine Quotenfrau, wir haben ja in unserer Partei die Quote. Und ich glaube nicht, dass ich schlechtere Arbeit abliefere, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich liefere eine sehr, sehr hohe Qualität ab. Und ich denke, gerade auch im Filmbereich wird eine Quote für Vielfalt, für mehr Vielfalt, für mehr Perspektiven und natürlich auch für mehr Qualität sorgen.